Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Ich bin der Leader des Moin-Klanes auf der PS3. Jo, YouTube Gamescom zeigt mal eure Bude hier, Relive. Ich muss echt mal wieder so Videos machen. Da kann ich das nämlich auch täglich machen, euch einfach so Geschichten zu zeigen, was erzählen über mich, was so passiert ist, was ich erlebt habe und alles mögliche. Also das wird jetzt auf jeden Fall kommen auf meinen Kanal, der junge Zuckermann. Und wir sind Startseite 1 bei Google. Jetzt Startseite 1 bei Google, das hätte ich so nicht gedacht. Nur Moin-Klan eingeben, da sind wir ganz oben an der Liste. So sieht's aus. Wir haben alles am Start. Frauen zwar noch nicht, Goldarmband auch noch nicht, aber das kommt alles noch. So, wenn du noch auf dem Klan suchst, dann geh auf Moin-Klan, zusammengeschrieben, und da weißt du, was da ist. Hier haben wir zum Beispiel unseren Atombunker. Alles am Start. Wenn irgendwelche Hater kommen, kann ich mich hier drin verschanzen. Und da bin ich geschützt gegen die Bombenangriffe. So. So, zumachen. Weiter geht's nach oben in die Höhle des Löwen. In die Höhle des Lieders, sozusagen. Das ist die heilige Türe. Wer sie betritt, hat ein Problem. So. Alles am Start. Gemütlich ist es auch. Wer hat sie jetzt auch am Start, Digga? Oh, ja. Die Kiste hält's noch aus. Und, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage ein großes Moin-Moin und grüße alle Moin-Klan-Mitglieder. Und, ja. Und alle meine Abonnenten und Zuschauer. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ciao. So, wo drückt man hier aus? Ich glaube hier.